Ja, wir haben hier 52 Milliliter destilisiertes Wasser, welches ich da umgieße. Und nichts geschieht. Ja, wir probieren es. Ja, wir probieren es. Wow, tipp doch. Kann man es immer noch trinken? Jetzt sieh das wieder selber, ja. Jetzt kann man es wieder trinken. Ja, jetzt kann man es nicht trinken. Ja, wir probieren es. Cool. Das ist einfach das Gläser. Das ist gut. Jetzt ist es gut. Ja, wir probieren es nicht. Es ist sicher am Rund noch etwas. Jetzt geht es. Wow. Gackeligo. Wohle. Prost. Wohle. Mühle.